Hallo zusammen, wir sind etwas mehr als zwei Wochen in der Family Finca von Roadsurfer, dem VW Grand California unterwegs gewesen, mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern von jeweils im Alter von fünf Jahren. Und ich habe einmal kurz nach Entgegennehmen des Autos, als auch kurz vor Abgabe des Autos, meine Erfahrungen und Eindrücke geschildert. Und wenn ihr interessiert seid, wie es denn zugegangen ist, dann bleibt einfach dran. So, ich habe das Auto geparkt. Es ging einigermaßen, aber ich musste ganz schön rödeln, weil wir hier so in der Seitenstraße sind. Und ich schaue mich jetzt hier gerade um, hier sind die USB-Anschlüsse. Hier hat uns Roadsurfer einen Beutel gegeben. Den schaue ich mir gleich mal an. Und hier ist noch ein paar Tipps. Okay, können wir uns noch durchlesen. Und, ah ja, ein Tee und eine Zeitschrift und Autan. Ist immer gut. Sind wir hier noch drin. Keine Ahnung. Minzbonbons oder was? Ach süß. Ein kleines Kaffeechen. So, der Kühlschrank ist während der Fahrt aufgegangen. Aber kein Wunder, wenn hier ein Mikrofasertuch ist. Den mache ich nämlich auch gleich mal an. Hier sind die Lichtschalter. Hier oben ist die Belüftung. Dann haben wir hier den Rausfallschutz. Den haben sie uns zur Verfügung gestellt. Und, was gibt es hier noch alles? Hier ist noch ein kleiner Teppich. Ganz süß. Ja, ich werde noch meinen Fußabdreter mitnehmen, damit wir nicht so viel Dreck hier reinnehmen. Der Tisch ist nicht montiert, ist aber auch definitiv notwendig, damit wir sicher fahren können. Aber den brauchen wir tatsächlich nachher. Und dann muss ich jetzt hier nämlich das Isofix suchen. Auf beiden Seiten. Gut, weil nämlich meine Freundin, die mitfährt, mit ihrem Kind auch hier mit Isofix sitzen muss. Ja, da glaube ich, wenn ich mir hier so die Sitze anschaue, da wird sie sich bestimmt was suchen, womit sie ihr Kind etwas kleinerer anschnallen kann. Also so ein voller Kindersitz, das wird hier ein bisschen eng zu zweit hinten, wenn da noch ein Erwachsener daneben sitzt. Also gehe ich mal stark davon aus, dass da die Sitzerhöhung nehmen wird. Das Kind ist nämlich schon groß genug. Hier haben wir ein paar Ablagefächer. Hier war ja die Sitzerhöhung. Hier mache ich mal ein bisschen das Licht. Auf, an, Tageslicht rein. Okay, müssen wir gleich mal gucken, wie wir das hier machen, dann mit den Sachen zu verstauen. Hier oben drauf kriegen wir das nicht. Und hier oben drauf auch nicht. Und ich kriege eine Nachricht. Ja, also haben wir hier oben die Staufläche. Wir müssen ja dann auch schauen, wo wir unsere Klamotten etc. unterbringen. Dann haben wir hier, man weiß es nicht. Und die Kochstelle. Kochstelle, Kochstelle, Kochstelle. Weil ich darf jetzt hier nämlich, und wir brauchen genau hier noch den Tisch. Und wir müssen auch Bettbezug hier mitbringen. Also ich war letztes Jahr mit, wie heißen sie, einer anderen Vermietungsfirma unterwegs. Und da gab es hier schon Bettbezüge. Hier ist der USB-Anschluss. Und hier sind so ein paar Schränke. Aber ich glaube, ich würde dann meine Freunde bitten, dass wir hier diese beiden Schränke nehmen können. Und dass die beiden dann die anderen nehmen. Dann, was haben wir hier noch Schönes? Wir haben einen Fahrradträger hinten drauf. Aber eigentlich hätten sie meinetwegen den auch gerne demontiert lassen können. Die Küchenbox hole ich gleich aus der Heckgarage. Aber hier mache ich erst mal nämlich noch das Wasser zu. Weil Wasser- und Abwassertank, so hat mir der Kollege das erzählt, nämlich offen übergeben werden. Einfach um das wahrscheinlich ein bisschen zu belüften. Und dann werde ich das dann gleich zudrehen. 100% zu. Ja. Ich glaube, damit ist das dann erledigt. Ich glaube, das könnte dann der Frischwassertank sein. So. Dann machen wir hier wieder zu. Und dann haben wir hier noch diese beiden Schalter zum Zumachen im Bus. Auch gut. Hier oben lasse ich auch noch ein bisschen mehr Licht rein. Das ist gut. Ja, und hier haben wir noch eine Kleiderstange und ein süßes, schnuckeliges Bad. Und das gucken wir uns gleich auch mal an. Licht geht an. Und dann haben wir hier oben eine Luke. So, Bio ist gut. Habe ich auch besorgt. Aber schön, dass wir das auch mit dazugeben. Und dann haben wir hier das Waschbecken. Den Duschkopf zum Duschen hier alles einzuhaken. Ja, eigentlich wollte ich ja lieber den Knaus, aber den gab es nicht mehr. Aber immerhin muss man dann hier nicht mit dem Klappen und ich weiß nicht, was alles machen. Und hallo. Gucken wir mal hier rein. Es wird nicht geraucht, ist klar. Hier haben wir einen Hebel. Aufmachen. Nüsch drin. Kriegen wir hin. Kriegen wir voll. Und make sure all tabs are closed when not in use. Ja. Machen wir. Tabs. Das war interessant. Ich kenne Tab mit P. Gut. Hier ist die Toilette. Auch gut. Und hier unten haben wir noch einen Schrank. Da können wir das Klopapier reintun. Und das Waschbecken. Jo. Ich würde sagen, ist die Bompt. Das Wichtigste ist dann der Tisch. Die Küchenbox. Kriegen wir hin. Gucken wir uns gleich an. So. Und hier oben müssen wir dann schauen, wie wir das machen mit dem Schlafen. Weil meine Tochter und ich, wir werden hier oben drauf schlafen. Und ich gucke mir gleich mal an, ob ich da hinten irgendwas bunkern kann. An Klamotten oder dergleichen. Hier haben wir auch noch Ablagefächer. Die werden wir bestimmt nutzen. Wir werden alles hier voll proppen, was überhaupt geht. So. Und die Vorräte. Das könnte auch noch recht interessant werden, wie wir die hier unterkriegen wollen. Mal schauen. Gut. Erster Eindruck ist gut. Mit Staufläche müssen wir mal schauen. Hier haben wir noch Flächer. Ja, ich würde hier alles vollhauen, was passiert. So. Yes, yes, yo. Fliegengitter. Check. Check, 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 check. Toll. So, heute ist der Tag der Abgabe des Wohnmobils. Wir hatten jetzt den Grand California. Ich hätte mir ja lieber den Knaus gewünscht mit dem Hochbett Knaus Box Live XL. Aber jetzt ist es der Grand California geworden. Eine kurze Einschätzung zu der Wohnqualität hier im Wohnmobil. Also, ich gehe jetzt einfach mal Stück für Stück alles durch. Und kann dazu meinen Senf abgeben. Hier sind noch die letzten Utensilien zum Saubermachen. Also, wir hatten hier eine Arbeitsplattenerweiterung. Ja, ganz gut manchmal zu haben. Ja, haben ja die meisten Wohnmobile. Dann haben wir hier den Kühlschrank. Mein Fall ist er ehrlich gesagt nicht. Er ist tief, aber auch nicht hoch. Das heißt, wenn man hier hohe Flaschen drin hat, die haben hier nicht reingepasst, weil hier der Korb nämlich ist. Als Idee ganz gut. Aber, wie gesagt, mein Fall ist er nicht. Und bei uns hat er auch gesponnen. Der hat immer auf fünf Lämpchen hochgeschaltet, obwohl wir immer auf drei einstellen wollten. Die Schalter hier haben wir de facto nicht benutzt. Und unsere Trittstufe hier unten hat von Anfang an nicht funktioniert, was bei zwei eher kleinen Kindern auch nicht so praktisch ist. Dann das Fenster hier war gut. Ich habe erstmal eine Weile gebraucht, um herauszufinden, dass man einfach nur behutsam dran zieht. Es gibt ja diese Fenster, die man Stück für Stück rausfahren kann und die dann an bestimmten Stufen einresten. Aber das waren sie nicht. Dann hatten wir hier diese Hochfächer. Auch hier zu flach. Oh, hier liegen noch Sachen drin. Die sehe ich gerade. Die mussten natürlich noch mit. Und sie waren ziemlich flach. Das war schwierig mit Packen. Und wenn man die dann aufgemacht hat, dann kam einem das entgegen. Und vor allen Dingen diese Fächer hier. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Es ist meiner Meinung nach eine Fehlkonstruktion. Man rollt hier die Sachen rein. Das ist eigentlich nicht das Schlimme daran. Das, was dann nervt, ist dieser Spalt. Weil ich habe hier Kindersachen oder auch meine Sachen reingetan. Und wenn man hier aufmacht, rutscht es da durch und kommt einem entgegen runtergerollt. Und das Problem ist nämlich, hier drunter ist die Spüle. Und du hast die Spüle auf. Dann kommt dir das alles in dein feuchtes, was auch immer, im Zweifel rein. Und das fand ich echt, das hat mich genervt. Dann hier die Matratzen hinten. Die waren ziemlich bequem. USB super. Und hier waren auch noch 1, 2 Lichter, die man benutzen konnte. Eine Kleiderstange. Wenn man dann auch schlafen will, ich weiß nicht, wie man das dann machen soll. Wir haben mit dem Kopf hinter dem Badezimmer, der Nasszelle. Und ja, also wenn man hier dann da was drüberhängt, das weiß ich auch nicht. Weil ich würde jetzt ehrlich gesagt nicht mit dem Kopf neben der Küche schlafen wollen, sondern so ein bisschen mehr abgeschieden vom Rest des Wohnmobils, wenn man hier zu vielen unterwegs ist. Ja, das ist soweit hier der Schlafbereich. Die zwei Fenster waren gut. Leider nicht so richtig nutzbar durch den installierten Fahrradständer, den wir nicht benutzt haben. Deswegen fanden wir das so semi-gut. Und hier der festgeschnallte Tisch. Als Idee sehr gut zum sicheren Transportieren. Ich finde die Tischvariante mit Ausklappen ehrlich gesagt besser, weil man dann vorne mehr Platz hat zum Durchlaufen. Und so haben wir ja immer die volle Tischlänge gehabt. Wenn der Tisch installiert war, mussten wir uns immer dran vorbeischieben. Wir sind alle vier keine breiten Personen gewesen. Ich habe es lieber dann ein bisschen mehr Platz und dann kann ich unten noch so ein Ding ausklappen. Nachteil bei diesen ausfahrbaren Tischen ist ja, dass man dann das Bein im Zweifel frei rumfliegen hat. Aber ich nehme das lieber in Kauf, als dann vorne den Platz einzubüßen. Außerdem war mir nicht ganz klar, wie der Tisch angeschnallt transportiert werden soll, wenn man da ein Spannbettlaken drüber hat. Also entweder war die Idee, dass man ein kleines unter diesem einen Bereich drunter spannt und dann ein größeres unter dem restlichen Bereich. Aber dann hat man auch wieder getrennte Matratzen. Oder das, was wir dann gemacht haben, ist jeden Morgen, besser gesagt, das Bettlaken da runterzunehmen und dann den Tisch so festschnallen zu können, direkt auf der Matratze. Aber das bedeutet dann auch zusätzliche Handgriffe. Das war also der hintere Bereich. Hier ist noch die Markisenstange zu sehen, die hier sehr clever verstaut war. Das fand ich gut. Dann gehen wir ins Bad. Mich hat gestört, dass ich nicht einschalten konnte, ob das Bad automatisch angeht oder nicht. Das ist hier so ein Bewegungsmelder drin. Das ausklappbare Waschbecken war gut. Die Brause nicht ganz mein Fall. Die flächert sehr aus. Und wenn ich nur mal schnell so vom Zähneputzen mir Wasser für den Mund reinschaufeln will, war das ein bisschen schwierig. Und Fehlkonstruktion für mich ist, die Dimischbatterie neben dem eigentlichen Waschbecken zu installieren. Weil wenn du dir die Hände waschst und du hast tropfende Hände und willst dann hier zumachen, dir tropft es alles runter. War jetzt also nicht so dolle. Hier gut war der umklappbare Spiegel. Das fand ich eine schöne Idee mit dahinter noch Staufächern. Das war gut. Und was ich hier ein bisschen schade finde, hier ist noch Platz. Das hätte eine Ablagefläche sein können. Dachluke war okay. Nicht mein Ding. Ich mag es lieber eher auch an der Seite mit der Luke oder mit dem Fenster. Aber Hauptsache da ist was, was man aufmachen kann. Also check. Und hier vier Haken waren auch gut. Wenn man aber hier dann lange Handtücher zu hängen hat, dann hat man die dann im Zweifel im Gesicht, wenn man auf der Toilette sitzt. Aber ja, das war jetzt nicht so wild. Hier, oh hier ist noch eine Klorolle, auch nicht wild. Also was ich mich gefragt habe, warum man das denn hier nicht zumacht, wenn man hier eh nur auf die Technik schaut. Aber gut. Kleine Ablagefläche drin für Klopapier, auch gut. Und ja, soweit zum Bad. Was mich, also am Anfang übrigens noch hier zu der Tür, hier so eine Kante. Also da haben sich die Kids am Anfang dran gestoßen. Ist also potenzielle Gefahrenquelle für Unfälle. Die Küche. Ich habe mich gefragt, warum hier drüber kein Verstauraum angebracht wurde. Andere Küchen haben hier drüber noch Staufläche, auch wenn da drunter der Gaskocher ist. Und ich habe es auch ehrlich gesagt vermisst. Wir hatten die Töpfe in einer extra Kist und mussten immer hin und her räumen. Hinten aus dem Wohnmobil raus und rein. Und das hat auch genervt. Hier ist eine sehr flache Schublade. Da hat auch nicht viel reingepasst. Aber gut, ein paar Utensilien schon. Und hier zwei kleine Fächer, die noch ausgewischt werden müssen oder ausgesaugt werden müssen. Aber also um alle Vorräte und Küchenutensilien hier zu verstauen, hat es allemal nicht ausgereicht. Und hier oben wäre das echt dann bitter nötig gewesen. Ein Tipp noch, wie wir uns beholfen haben mit dem fehlenden Stauraum. Wir haben die beiden Bretter unter der Matratze, also von dem Heckbett, genommen und das obere Brett weggelassen während der Fahrt. Das haben wir dann zu Hause gebunkert. Und dann konnten wir also aus dem Wohnraum in die Heckgarage reingreifen und hatten dann da unsere Vorräte gebunkert. Aber so richtig cool war das auch nicht, weil das echt auch eine Herausforderung war, da alles einigermaßen in Ordnung zu halten. Also das war definitiv nur eine Behälschlösung gewesen. Hier bei der Sitzgruppe zwei Fächer zum Verstauen gut. Leider, also auch wenn man dann oben schläft. Ich habe mit meiner Tochter oben geschlafen, ist wenig Verstauraum. Und wir waren immer dann gezwungen sozusagen in das Reich der anderen einzudringen, um unsere Sachen hinten zu holen. Das war nicht so angenehm, fand ich. Also hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Also irgendwie noch mehr Verstauraum. Also vielleicht hätte hier oben die Leiste noch genutzt werden können, um Ablagefläche zu schaffen. Das habe ich mich gefragt, warum man das nicht gemacht hat, weil das einfach nur flach ist, etwas für Beleuchtung. Da hätte ich lieber die Beleuchtung gespart oder teilweise gespart, zum Beispiel jetzt hier unter Ablagefläche gesehen. Das Bett selber war, naja, es war, es ist eher für Kinder. Es ist recht hart gewesen. Ich habe so drauf schlafen können, aber für Erwachsenen ist es wirklich nicht so bequem. Und auch der Platz ist sehr eng. Ich habe mich dann immer gefreut über das Fenster, das nochmal die letzten notwendigen Zentimeter geschaffen hat, damit ich da oben manövrieren konnte. Und auch diese ausklappbare Teil hier, der dann hier raufgepackt wird, damit ich da liegen konnte, der war bitternötig. Weil ich bin 1,72 und ich musste mir hinten auch immer noch die Füße so ein bisschen einkräuseln, damit ich da irgendwie liegen kann oder so halbdiagonal liegen. Dann hier die Ablagefläche waren gut, kann ich sagen, danke dafür. Und ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Genau, hier oben sind halt Ablagefläche über der Fahrerseite. Und positiv zu erwähnen sind die Fahrerassistenzsysteme. Auf beiden Seiten in den Seitenspiegeln gab es Warnleuchten für den Verkehr im toten Winkel. Und rundum am Fahrzeug waren Sensoren angebracht, die das Manövrieren mir wirklich auch erleichtert haben. Ansonsten beim Fahren hier vorne die Verstaufächer waren gut, war angenehm. Und hier auch jeweils auf jeder Seite zwei Fächer für oder zwei Halter für Becher. Und das war gut und auch große Verstaumöglichkeiten in den Türen. Hat mir gefallen, vorne zwei USBs neben der Gangschaltung, die ja keine ist, ist ja Automatik. Und auch sonst in die Bedienung war vorne ganz angenehm. Der Bordcomputer hat Spaß gemacht in der Bedienung. Wir haben uns jederzeit gut informiert gefühlt über den Status aller Systeme. Abschließend ist zu sagen, dass das Fahrgefühl im Auto selbst gut war. Er hat Gas gegeben, wenn er sollte und gebremst und auch das Manövrieren war wirklich relativ einfach, trotz der Größe. Das Manko für mich allerdings hier war im ganzen Wohnmobil der fehlende Stauraum, der uns wirklich in den zwei Wochen gefehlt hat und einiges an Räumarbeiten und Zeit dadurch gekostet hat.